Was tust du, wenn du Schmerzen hast? Vielleicht kennst du auch diese Situation, es tut dir so weh, du hast keine Kraft mehr, keinen Elan und du bist völlig hilflos niedergeschmettert und möchtest am liebsten nur noch im Bett liegen und der Schmerz geht nicht vorbei. Wir haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt und zwar haben wir für unsere Kanalmitglieder als Dankeschön ein kleines Webinar gestaltet, wo es um Schmerzlinderung geht und zwar werden wir uns um das elektromagnetische Feld kümmern, was jeder Mensch ja um seinen Körper herum trägt. Es geht um das magnetische Herzfeld, um das magnetische Gehirnfeld und um die Energiezentren und aus dieser Mischung ist eine wunderschöne Heiltechnik entstanden, die Schmerzen lindern wird und dazu möchte ich euch gerne einladen. Ich werde im Community Tab schreiben, wann das Datum ist mit der Uhrzeit, damit ihr dann auch live dabei sein könnt. Ich freue mich schon sehr auf euch. Alles Liebe.